Als Schutz gegen Elektrosmog wurde die VivoBase-Technologie entwickelt. VivoBase ist eine hochwirksame Kombination aus jahrzehntelanger ärztlicher Erfahrung und Elektrotechnik. Sie wirkt bei Mensch und Tier als Schutzschild gegen elektromagnetische Strahlung. Vom mobilen Kleinstgerät bis zu fest installierten Modulen zum Schutz von Wohnräumen, Arztpraxen, Kliniken, Hotels, Schulen, Büros, Einkaufszentren, im Auto oder in der Pferde- und Nutztierhaltung. Für jede Anforderung bietet VivoBase einen individuellen Rundumschutz.